Die 380 kV Salzburg-Leitung war ein Verfahren der Superlative, was die Verfahrensdauer anbelangt, was die Beteiligung der Öffentlichkeit anbelangt, was die Bedeutung der Leitung für die Energiewende anbelangt. Und dieses Verfahren ist jetzt durch den Verwaltungsgerichtshof mit einem fast 300 Seiten dicken Erkenntnis abgeschlossen worden und dazu berichte ich heute. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Martin Niedower von der Umweltrechtskanzlei Niedower und Partner mit Sitz in Wien und Salzburg. Das Wichtigste vorweg, der VWGH hat die Leitung genehmigt, also sozusagen die Einsprüche abgewiesen. Und der erste Punkt, den er sich angeschaut hat, war die Frage, ist denn die Salzburger Landesregierung überhaupt zuständig gewesen? Die Leitung, und das war die Debatte, kommt ja schon von Oberösterreich. Und der VWGH sagt, ja, sie sind zuständig, weil die Leitung liegt in Salzburg. Sie sind zuständig, über diesen Teil, der in Salzburg liegt, zu entscheiden. Sie können dann die Umweltauswirkungen des gesamten Projektes natürlich mit berücksichtigen. Aber die Salzburger Landesregierung entscheidet über die Salzburger Leitung. Das war der erste Punkt. Den zweiten Punkt hat uns der Europäische Gerichtshof ein bisschen eingebrockt, der vor kurzem gesagt hat, Pläne ohne strategische Umweltprüfung, wenn eine dafür eben nötig wäre, sind nicht anzuwenden. Und Bescheide auf Basis dieser Pläne sind dann auch nicht anzuwenden. Und da ist jetzt diskutiert worden, ob der Netzentwicklungsplan der österreichische, der diese 380-KV-Leitung sozusagen abbildet, der auch keine strategische Umweltprüfung hat, ob der dazu führen kann, dass jetzt die Genehmigung zu versagen wäre. Und da sagt der Verwaltungsgerichtshof, nein. Weil der Netzentwicklungsplan ist nicht maßgeblich, um das öffentliche Interesse an dieser Leitung zu begründen. Da gibt es schon eine EU-Verordnung, die sogenannte TEN-E-Verordnung mit einer sogenannten Unionsliste. Und auf dieser Unionsliste steht diese Leitung drauf. Und deswegen kann der VWGH diese Frage ausblenden. Der dritte Punkt, Artenschutz. Minderungsmaßnahmen, die im Projekt schon integriert sind, sind zu berücksichtigen. Die minimieren tatsächlich die Auswirkungen. Die artenschutzrechtlichen Verbotsdatbestände, Tötungsverbot, Störungsverbot, Verbot des Eingriffes in Fortpflanzungs- und Ruhestätten. Da bekräftigt der VWGH nochmal seine Judikatur, die ja auf die deutsche Judikatur Bezug nimmt, wie diese Tatbestände zu lesen sind. Der letzte Punkt, schlecht für alle, die diese Leitung verkabeln wollten. Die Verkabelung einer derartigen Langenleitung ist noch nicht Stand der Technik, weil das noch nicht erprobt und erwiesen ist. Und insofern ist das auch kein Punkt, der dieses Projekt zum Fall hätte bringen können.